Herzlich Willkommen bei MetalAlterTV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger und es gibt Neues aus dem Hause Guta Larks. Ein Video wurde veröffentlicht, es nennt sich Dear Hero, also nicht Diarrhoe, sondern Dear Hero. Ist ein Comic-Video und ich würde sagen, da schauen wir mal rein, danach quatschen wir noch ein bisschen. Ups, los geht das. Ja, da wird, nehmen wir mal an, Scheiße abgesaugt. Ja, da ist die Kippe in die Scheiße fallen. Der Donnergott kommt, oder Donnerbalkengott, oder was ist das? Ja, der Blitz schlägt in den Scheißhaufen ein. Oder in die Güllegrube. Ja, verschluckt. Nein. Hat was von Leningrad Cowboys mit den Lingen da rum? Ja, ganz typisch guter Lachs. Und Darth Vader und die Stunddrucker kommen auch. Aber der Dear Hero eilt zur Hilfe. Ihr könnt hier noch durchfallen, Mann. Passt da auch zu. Ja, die Verbrecher werden gestoppt. Mit der Macht der Kacke. Ja, die Verbrecher werden gestoppt. Mit der Macht der Kacke. Ja, guter Lachs. Ganz typisch guter Lachs. Was denn sonst? Anders hätte es bei denen ja auch gar nicht sein können. Ja. Durchfallmann. Wenn ihr den nicht kennt, ich blende hier gerade mal ein, wer Durchfallmann ist. Kann denn niemand helfen? Das ist ein Job für... Das ist ein Job für... Durchfallmann. Ja, guter Lachs. Lied am 20. veröffentlicht. Heute haben wir den 22. Muss ich aufnehmen. Also jetzt, wenn ihr das guckt, ist der 23. Aber es gibt noch keine neue Ankündigung, bis auf das Lied. Wir haben auch dazu keine neue Ankündigung unter dem Video gepostet, dass irgendwas kommt. Nur das neue Song da ist. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, guter Lachs ist ja auch auf Tour. Guter Lachs ist auf Festival-Tour und auf Konzert-Tour und so. Ich nehme mal an, da kommt jetzt irgendwas Neues dann in naher Zukunft raus. Das letzte Album von guter Lachs ist von 2021 ist Shitpendables gewesen. Und davor kam Shit Happens 2015 und 2011 Shit Beast. Also die lassen sich schon Zeit während ihren neuen Veröffentlichungen, aber haben zwischendurch noch Splits und so Sachen rausgehauen. Ja, guter Lachs machen immer Spaß. Also ich kann mir die regelmäßig geben. Und ich trinke so mein Käppchen. Ich habe mich gerade verfluckt. Ja, guter Lachs machen immer Spaß. Guter Lachs kann man immer hören. Ich finde, das ist Musik, die geht immer klar. Viele finden es eklig wegen dem... Aber mir macht es Spaß. Wie seht ihr das? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten habt noch einen geilen Tag und geht kacken.